Das ist die größte Belastung, das ist immer so, das ist Spa, da wird am längsten Volllast gefahren. Da wird, das ist die längste Gerade, zumindest jetzt in der Vergangenheit gewesen, eine Gerade mit Kurve, was eigentlich ein Widerspruch ist, aber es wird eben mit Vollgas gefahren, von der Haarnadel der Lasource durch die Oroge bis hinten zum Anbremsen. Und das ist die höchste Belastung für den Motor, für die Motoren. In Monza ist es eine sehr hohe Belastung und es gibt sehr viele Kurse, die es dem Motor nicht gerade leicht machen.